Eine neue Spritze hilft jetzt beim Abnehmen und das wird auf YouTube gerade ganz schön gehypt, auch von irgendwelchen Veganern und so weiter, die sich schon darauf freuen, dass diese Spritze kommt. Aber wir schauen mal genauer hin, was es denn damit auf sich hat und ob man jetzt sich dieses Zeug spritzen sollte, wenn es denn zugelassen wird irgendwann. Und dass eben keine Wirkung ohne Nebenwirkungen zu erwarten ist und dass es nicht einfach eine Feckwett-Spritze gibt, das sehen wir heute. Und zwar geht es hier um diese Studie, Semaglutide und da hat man das Ganze einmal die Woche gespritzt und hatte dann am Ende gesehen, im Unterschied zur Placebo-Gruppe haben sie hier 12,7 Kilogramm abgenommen. Gleichzeitig haben sie aber auch noch eine Lebensstilveränderung gemacht, das heißt, die wurden auch noch darauf getrimmt, sich eben gesünder zu ernähren, mehr Sport machen, bla bla bla, was man so kennt. Was natürlich auch dazu führt, dass man sich insgesamt natürlich dann damit beschäftigt, gesünder ernährt und mehr Gewicht verliert. Das Ganze wurde hier doppelverblindet an rund 2000 Patienten, die übergewichtig waren, aber jetzt noch kein Diabetes hatten oder so. Aber in der Regel, wenn man so einen hohen BMI hat, dann ist man auch schon zu gewisser Art und Weise insulinresistent. Und hat dann das Ganze hier über 68 Wochen gemacht. 68 Wochen und da haben sie dann im Unterschied 12,7 Kilo verloren zur Placebo-Gruppe. Muss man natürlich die Lebensstilveränderung ein bisschen rausrechnen. Die Placebo-Gruppe hat auch diese Lebensstilveränderungen gehabt und hat natürlich auch ein bisschen Gewicht verloren. Deshalb rechnet man dann mit diesen 12,7 Kilogramm. 12,7 Kilogramm über 68 Wochen. Klar, die 12,7 Kilogramm, das hört sich super an. Das wird nachher auf der Werbung stehen. Die Leute haben 12 Kilo abgenommen und so weiter und so fort. Aber über 68 Wochen ist das dann schon ein etwas anderes Bild. Wenn wir das mal runterrechnen pro Woche, sind das vielleicht maximal 200 Gramm, die man dann verliert. Und wenn man das auch noch auf die Kalorien runterrechnet am Tag, die man dafür sparen müsste, wären das gerade mal so 200 Kalorien, die man am Tag sparen müsste, um den gleichen Effekt zu erreichen mit einem Kaloriendefizit. Heißt also, wenn ihr 2500 Kalorien verbraucht als Grundumsatz habt und ihr esst einfach nur 2300 Kilokalorien, habt ihr eigentlich den gleichen Effekt. Könnt trotzdem noch sehr viel essen, nehmt aber dann eben kein Medikament, was euch dann auch Nebenwirkungen verschafft und viel kostet. Und ihr habt trotzdem dann eben den gleichen Kilogramm Verlust. Ja, und wenn ihr natürlich so einen Ernährungsplan wollt, dann schreibt mich gerne an. Schaut auf meiner Homepage, da findet ihr einen Fragebogen. Den könnt ihr kostenlos zuschicken, bekommt kostenlos eine Antwort von mir. Und wenn ihr euch dann entscheidet für einen Ernährungsplan, der euch dann auch eben 12 Kilogramm über ein paar Wochen verschaffen soll, dann mache ich das gerne. Oder ein Coaching, wo ich euch dann begleite. Auch natürlich für Leute, die zunehmen wollen oder Sport treiben wollen. Nichtsdestotrotz gucken wir uns mal an, was denn hier sonst noch die Nebenwirkungen war. Und da steht auch schon hier in dem Abstract alleine steht schon drin, dass viele eben aufhören mussten, weil sie eben Magen-Darm-Beschwerden hatten. Und das lässt ja schon ein bisschen aufhorchen. Es ist so, dass man sich das einmal die Woche spritzen musste. Das Ganze kann man auch oral zu sich nehmen. Und da ist immer die Frage, ob das Gespritzte natürlich genauso wirksam ist wie das Orale und so weiter und so fort. Einer auf unserem Discord-Kanal hatte tatsächlich bei dieser Studie teilgenommen, hat da sogar einige tausend Euro für bekommen. Aber er hat gesagt, nein, das lohnt sich überhaupt nicht, das möchte man nicht durchmachen. Und warum das Ganze, das gucken wir uns mal an, wenn wir uns mal die Table angucken, die dann in der Studie auch drinstehen. Das Ganze ist nämlich so, dass man hier sehr krasse Nebenwirkungen hat. Und zwar hast du einfach, geht es dir die ganze Zeit schlecht, du hast Übelkeit, du hast Durchfall, du musst die ganze Zeit kotzen oder sonst was. Du hast Kopfschmerzen und das in sehr hoher Zahl im Gegensatz zur Placebo-Gruppe. Also fast 50% der Menschen hier hatten irgendwie Probleme mit Übelkeit, mit Magen-Darm-Beschwerden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann mal eine Sache, wo man sich fragen sollte, okay, wenn es mir jetzt kotzschlecht geht die ganze Zeit, wenn ich mir das spritze, natürlich esse ich dann weniger. Den gleichen Effekt, dass euch die ganze Zeit übel ist, könnt ihr natürlich auch gerne erreichen, wenn ihr Grün-Tee auf nüchterne Magen trinkt. Und wenn ihr die ganze Zeit 5-HTP überdosiert oder ähnliches, dann ist euch auch die ganze Zeit schlecht, ihr müsst fast kotzen. Dann esst ihr wahrscheinlich auch weniger und nehmt natürlich dann mehr ab als die andere Gruppe. Also ob das am Medikament selbst liegt oder ob das daran liegt, dass es den Menschen einfach extrem schlecht ging, das sei natürlich mal dahingestellt. Könnt ihr auch billiger erreichen, als euch dann immer eine Spritze zu setzen. Dementsprechend hier gesagt, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ihr werdet nicht einfach eine Spritze reinhämmern können, die euch dann eben schlank macht, sondern das wird immer irgendwelche Nebenwirkungen haben, die euch dann eben weghauen. Naja, aber wir können natürlich auch mal angucken, was bei Wikipedia dazu steht, was das Medikament denn eigentlich macht. Und dann kann man auf die Idee kommen, dass ein Ernährungsplan von Pugge vielleicht noch eine bessere Möglichkeit wäre, um das gleiche zu erreichen. Denn dieses Medikament macht am Ende eigentlich nichts anderes, als den Blutzuckerspiegel zu senken, indem es die Bauchspeicheldrüse auch dazu anregt, eben mehr Insulin zu produzieren. Heißt einfach, dadurch, dass der Blutzuckerspiegel dann eben auch gesenkt wird, hat man eben auch weniger Hunger. Natürlich, weil es dir auch schlecht geht. Und die Nebenwirkungen stehen hier auch. Eben Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter und so fort. Richtig geil. Bei Menschen, die eben Herzprobleme haben, kann das sogar zu Schäden an den Augen kommen. Oder weitere Nebeneffekte, hier zum Beispiel eben auch verschiedene Krebserkrankungen, dann Nierenprobleme, die natürlich auch bei dieser Spritze, die einige Bodybuilder aus Amerika mal ausprobiert haben, dann passieren können. Weil ihr werdet es nicht schaffen, durch eine Spritze oder irgendwelche magischen Pillen das Fett abzubauen, denn es muss irgendwo hin. Entweder es geht an andere Stelle an eurem Körper oder es muss durch die Niere oder sonst wie durch Hitze abgebaut werden. Ihr werdet niemals irgendetwas haben, was euch das Fett schmelzen lässt, ohne dass ihr ein Kaloriendefizit habt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, ich hätte natürlich keinen Bock irgendwie auf die ganzen Nebenwirkungen hier. Und dementsprechend muss man einfach sagen, das mit der Spritze klingt besser, als es am Ende ist. Wenn euch, wie gesagt, wenn ihr einfach abnehmen wollt, keinen Hunger haben wollt, weil euch kotzübel ist, dann könnt ihr irgendwelche Bitterstoffe nehmen oder sowas, wenn euch das Spaß macht. Diese Spritze wird euch da definitiv nicht bei helfen können. Und wenn ihr natürlich dann diese 200 Kilokalorien am Tag im Defizit einfach macht, über längere Zeit, dann seid ihr trotzdem satt. Ihr habt trotzdem eine gute Gewichtsabnahme. Wenn ihr mehr wollt oder wenn ihr mehr Gewicht abnehmen wollt, dann, wie gesagt, schreibt mir einfach. Auf der Homepage findet ihr den Fragebogen völlig kostenlos. Kostet euch nichts und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr das Ganze mit mir durchziehen wollt. Und ansonsten, wenn ihr solche ähnlichen Sachen habt, die wir etwas versprechen, dann schickt es mir gerne zu. Dann nehme ich das gerne auch mal auseinander. Für mich wäre diese Spritze definitiv nichts, weil sie eben auch sehr viel Geld kostet, weil sie diese Nebenwirkungen hat. Und ich nicht möchte, dass ich dann irgendwann mit Nierenproblemen oder sonstiges dastehe. Dann nehme ich lieber ein Kaloriendefizit, ketogene Ernährung, senkt auch den Blutzuckerspiegel oder Low Carb einfach nur. Und dann hat man eben den gleichen hungerunterdrückenden Effekt. Man isst weniger, fühlt sich trotzdem gut, hat Energie. Aber man hat natürlich dann auch als Diabetiker den Vorteil, sich kein Insulin spritzen zu müssen in den Mengen wie eben mit Kohlenhydraten. Das war's. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Eure Erfahrungen gerne unten rein. Habt ihr bei dieser Studie mitgemacht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.